Achtung, wichtiger Hinweis, Free Truth Media verwendet ausschließlich Zahlen von öffentlichen Institutionen. Die aktuellen Fallzahlen entnehmen wir aus dem Dashboard des Robert-Koch-Instituts, den Gesundheitsämtern, der Bundesregierung sowie Landratsämtern der Regionen, über die wir berichten. Die Zahl der Intensivbelegung entnehmen wir aus dem DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts. Alle anderen Berichte stammen aus öffentlichen Medien. So möchten wir die Verbreitung von Fake News unterbinden. Wir möchten unsere Zuschauer bitten, sich immer eine eigene Meinung zu bilden und selber zu denken. Wer unseren Kanal und unsere Arbeit unterstützen möchte, findet alle Informationen in der Kanalbeschreibung auf YouTube. Herzlichen Dank hierzu im Voraus. Und so bleibt ihr mit uns in Kontakt. Schaut zu uns in die Telegram-Gruppe, kommt auf Facebook, schreibt uns eine E-Mail freetroofmedia.gmx.de und auf die live findet ihr unsere Live-Übertragungen. Und nochmal zur Erinnerung, denkt an unsere Button-Aktion, setzt mit uns zusammen ein Zeichen, schickt uns eine E-Mail an freetroofmedia.gmx.de und wir schicken euch euer Formular für die Buttons zurück. Hallo zusammen, es ist Freitag, der 13. Herzlich willkommen bei Freetroofmedia und natürlich auch heute noch einmal für euch. Die aktuellen Corona-Fallzahlen und wir beginnen wie gewohnt mit Gesamtdeutschland. Positiv getestet 3.810.641 Personen, gesundet 3.675.800. Verstorben an oder mit Covid-19 91.853. Hospitalisiert heute Stand 17 Uhr, 480 Personen, haben wir plus 11 gegenüber gestern. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen in ganz Deutschland 42.988 und hier mal ein Plus von 3.459 positiven PCR-Tests laut dem Robert-Koch-Institut. Im Prozent liegen wir in Deutschland bei 0,05 Prozent, 99,95 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner in ganz Deutschland, zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Die 7-Tage-Inzidenz vor Deutschland liegt bei 30,1 und der R-Wert liegt bei 1,30. Wir schauen weiter nach Bayern. Positiv getestet 658.221 Personen, gesundet 637.800. Verstorben an oder mit Covid-19 15.370. Hospitalisiert heute Stand 17 Uhr. 47 Personen, haben wir minus 1 gegenüber gestern. Ja und somit heute tagesaktuell positiv getestete Personen im Freistaat Bayern 5051. Hier haben wir ein Plus laut dem Robert-Koch-Institut von 423 neuen positiven PCR-Tests. Im Prozent liegen wir in Bayern bei 0,03 Prozent, 99,97 Prozent aller Bewohnerinnen und Bewohner im Freistaat Bayern zumindest gesundheitlich von Corona nicht betroffen. Und die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 22,7. Und heute nochmal der Blick ins Dashboard des Robert-Koch-Instituts. Hier wird vermeldet in ganz Deutschland in den letzten 24 Stunden 2100 Personen genesen und dagegen überstehen 5578 neue positive PCR-Tests. Und der Blick ins Dashboard nach Bayern. Hier vermeldet das Robert-Koch-Institut in den letzten 24 Stunden 200 Personen genesen und dagegen überstehen 624 neue positive PCR-Tests. Und laut dem Robert-Koch-Institut 19 Personen in den letzten 24 Stunden Jahren oder mit Covid-19 verstorben sind. Ja, wir können leider das heute nicht nachvollziehen. Die Zahlen denn just leider heute aufgrund eines externen technischen Fehlers konnten heute am 13.08. Die Fallzahlen nicht aktualisiert werden. An der Fehlerbehebung wird derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Wir bitten um Verständnis. Wir haben jetzt sehr, sehr lange gewartet, ob da heute noch was kommt, weil ich halte die Zahlen heute gerade sehr wichtig, was da das LGL in Bayern aktuell meldet. Aber müssen wir leider am Montag nachtragen. Wir kommen noch zur Belegung der Intensivstationen. Heute am 13. August. Auszug aus dem Intensivregister stand 16 Uhr. Anteil der Covid-19-Patientinnen an der Gesamtzahl der Intensivbetten. Ja, und da liegen wir heute in Bayern unverändert bei 1,5 Prozent und im Nachbarland Baden-Württemberg bei 2,3 Prozent. Das waren die Zahlen Deutschland und Bayern. Und wir schauen zusammen in die Meldungen. Tja, Freitag, der 13. und heute haben wir Hammer-Meldungen. Die erste beginnt mit dem Leiter der WHO-Mission in Wuhan. Er hält einen Laborunfall-Theorie für plausibel. Ihr wisst, da wird lange diskutiert. Es wurde viel, ja, ich sage mal, als V-Theorie abgetan und es kam immer wieder von der Fledermaus und so weiter. Und jetzt verhärtet sich aber hier eine ganz andere Richtung. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat China dazu aufgerufen, Rohdaten zu den ersten Corona-Fällen offen zu legen. Der Zugang zu diesen Informationen sei von entscheidender Bedeutung. Für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie erklärte die WHO am Donnerstag. Und dies sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborunfalls zu prüfen. Um die Untersuchungen zum Corona-Ursprung voranzutreiben, seien alle Länder aufgerufen, die gemeinsame Nutzung von Rohdaten und die erneute Untersuchung von Proben zu ermöglichen, betonte die WHO. Schon bald nach Beginn der Pandemie war darüber spekuliert worden, dass das Virus bei einem Unfall aus dem Institut für Virologie in Wuhan, in dem an Coronaviren geforscht wird, entwichen sein könnte. Und die chinesische Regierung bestreitet dies energisch. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja auch irgendwo logisch, weil was wäre, wenn nachgewiesen werden würde, dass es ein Laborunfall gewesen wäre. Die Haftung übernimmt oder müsste ja dann eigentlich China das Labor. Eine spannende, eine spannende Geschichte. Ein Team internationaler Experten im Auftrag der WHO hat den Wuhan erst im Januar besuchen können. Da haben wir darüber berichtet. Mehr als ein Jahr nach der Entdeckung des Virus. Der entsprechende Bericht wurde Ende März veröffentlicht, liefen aber keine klaren Ergebnisse. Die Laborunfalltheorie stuften die WHO-Experten damals als, Achtung, extrem unwahrscheinlich ein. An dem Bericht wurde aber schnell zweifellaut. Zahlreiche Staaten äußerten ihre Besorgnis darüber, dass den internationalen Experten bei ihrer Untersuchung in China der Zugang zu Daten verwehrt worden sei. Und die WHO erklärt im Juli, wie wolle in der zweiten Stufe der Untersuchung zum Corona-Ursprung auch Labore in China kontrollieren. Die Regierung in Peking lehnte dies aber ab und die Laborunfalltheorie zählte für ihn zu den wahrscheinlichsten Hypothesen, sagte der dänische Wissenschaftler, der Peter Ben Mbarek, der die WHO-Mission in Wuhan geleitet hatte am Donnerstag im dänischen Fernsehen. Er halte es für möglich, dass ein Labormitarbeiter sich bei der Probenentnahme infiziert habe und das Virus so von der Fledermaus auf den Menschen übertragen worden sei. Also hier ist auch wieder mal Bewegung drinnen und die WHO mahnt dann heute nochmal an. China muss Daten zum Ursprung des Virus offenlegen. Der Druck auf China wächst. Eine weitere Untersuchung zum Ursprung der Corona-Virus SARS-CoV-2 zuzulassen. Peking wies am Freitag die Forderung der WHO strikt zurück, Rohdaten zu den ersten Corona-Fällen offen zu legen. Der Leiter der WHO-Mission in Wuhan, der dänische Wissenschaftler Peter Ben Mbarek, beklagte unterdessen die mangelnde Kooperation Pekings während den Untersuchungen. Die Vermutung, das Virus sei versehentlich aus einem Labor entwichen, zähle für ihn zu den wahrscheinlichsten Hypothesen, sagte Mbarek im dänischen Fernsehen. Hier wird es nochmal wiederholt und die WHO bezeichnet den Zugang zu den Rohdaten am Donnerstag als von entscheidender Bedeutung für die weiteren Untersuchungen zum Ursprung der Pandemie. Das sei auch wichtig, um die Theorie eines Laborumfalls zu prüfen, um die Untersuchungen zum Corona-Ursprung voranzutreiben, seien alle Länder aufgerufen, die gemeinsame Nutzung von Rohdaten und die erneute Untersuchung von Proben zu ermöglichen, betonte die WHO nochmals. Ja, bleibt spannend, wir bleiben dran und mal gespannt, ob noch rauskommt, wo dieser Coronavirus letztendlich herkommt. Und tja, heute die Meldungen könnten nicht anderser und nicht unterschiedlicher und nicht deutlicher sagen, was im Moment so los ist. Um 12.34 Uhr auf NTV. Bericht Spahn fordert zum Durchhalten bis ins Frühjahr auf. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn soll in einer Videoschalte der CDU-CSU-Bundestagsfraktion von einer unwiderruflichen vierten Welle gewarnt und den Appell formuliert haben. Noch einmal durchhalten bis zum Frühjahr. Das berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf Teilnehmer der Schaltedema, fügte Spahn an. Es seien noch nicht so viele Menschen geimpft, dass eine Belastung des Gesundheitswesens ausgeschlossen ist. Jeder, der nicht geimpft ist, wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Monaten anstecken. Inwiefern diese These Auswirkung auf etwaige Maßnahmen oder etwa Lockerungen für Geimpfte haben wird, ist unklar. 12.34 Uhr. 12.16 Uhr kurz davor. Masken verschwinden in Dänemark auch aus Bussen und Bahnen. Auch die letzten Masken in Dänemark fallen. Ab Samstag muss man im nordöstlichsten deutschen Nachbarland auch dann keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen, wenn man in Busbahn oder Fähre steht. Die Maskenpflicht für stehende Passagiere im öffentlichen Nahverkehr sollte ursprünglich am 1. September aufgehoben werden. Fällt nun aber bereits jetzt, wie das dänische Verkehrsministerium mitteilt. Grund dafür ist die Empfehlung der Gesundheitsbehörden, zum Einhalten eines 1-Meter-Abstandes im öffentlichen Raum gestrichen worden ist. Ich habe gesagt, es macht keinen Sinn, dieser Abstand. Dass auch die Pflicht zum Maske tragen abgeschafft wird, sei eine natürliche Folge. Davon erklärt das Ministerium bereits seit Mitte Juni müssen die Däninnen und Dänen kaum noch Maske tragen. Bei uns wird gewarnt vor der vierten Welle schon wieder Panik hoch. Und in Dänemark und auch in Schweden und in England. Ja, da sagt man, lass laufen. Und es kommt noch ein Land, wo das genauso passiert. Und zwar in Russland. Und hier auch wieder zwei unterschiedliche Meldungen. 13.38 Uhr. Russland höchster Wert an Corona-Toten. Und um 11.26 Uhr Moskau lockert weitere Corona-Beschränkungen. Trotz tausender neuen Friktionen täglich hebt die russische Hauptstadt Moskau weitere Beschränkungen auf. Der Bürgermeister Sergej Sobyanin schrieb in seinem Blog, dass Unternehmen nicht mehr mindestens 30 Prozent ihrer Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten lassen müssten. Und zudem könnten Zoos ohne Einschränkungen besucht werden. Moskau ist bereits zum gewohnten Lebensrhythmus zurückgekehrt, schrieb der Bürgermeister. Er warnte aber davor, alle Einschränkungen abzuschaffen. Das Verbot von Massenveranstaltungen bleibt Sobyanin zufolge bestehen. Auch Theater, Kinos und Konzertsäle dürften weiterhin nicht voll ausgelastet werden. Vieles hängt von möglichen Mutationen des Coronavirus ab, die nur sehr schwer vorherzusagen sind. Also ihr seht hier viele, viele Meldungen und die haben innerhalb von 24 Stunden 22.277 Neuinfektionen und 808 Verstorbene an oder mit Coronavirus in 24 Stunden und dennoch wird gelockert. So unterschiedlich kann das sein. Hier nochmal eine andere Meldung, die kam dann um 15.37 Uhr trotz tausender Neuinfektionen täglich hebt die russische Hauptstadt Moskau weitere Beschränkungen auf. Das ist nochmal das Gleiche, nur ein bisschen zusammengefasst. Also ihr seht, so läuft es in den Tickern. Das kommt immer wieder, dann kommt mal eine Zwischenmeldung. Aber es läuft dort im Ausland ganz anders wie momentan in Deutschland, denn alle öffnen, obwohl mehr Infektionen und in Deutschland wenig Infektionen und Panik hoch vor der vierten Welle im Winter. Ja und dann heute lustige Meldung 14.26 Uhr. Ihr wisst, das RKI hat da ein bisschen Probleme mit den Zahlen. Das kennen wir jetzt schon und jetzt haben sie auch noch die Probleme mit den Zahlen der Geimpften. Sie wissen das nicht so genau und aber eigentlich wissen sie es doch, weil jetzt kommt nämlich das Ministerium und das Ministerium findet Impfmonitoring in Deutschland sehr zuverlässig. Das Bundesgesundheitsministerium betont, dass die Daten für die Impfquoten in Deutschland die aktuelle Lage darstellen. Das digitale Impfmonitoring bildet die Lage sehr gut ab, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. In einzelnen Fällen könne es zwar sein, dass es vor allem bei den Erstimpfungen zu einer Untererfassung komme, insgesamt aber seien die Daten sehr zuverlässig. Ja, was sollen die auch anderes sagen, wenn ihr RKI sich hier mal outet und sagt, der ist nicht so gut, dann sagen die doch, doch ist gut, habt ihr super gemacht. Das passt schon, was ihr macht. Soviel zu den Meldungen vom Ministerium heute. Ja, und jetzt? Das Land war durchgeimpft und doch schnellten die Zahlen wieder hoch. Ihr wisst, es geht um Island. Da war ja viel spekuliert und da hat man immer gesagt, wir oder die Verschwörungstheoretiker, die nehmen ja da ganz falsche Zahlen. Jetzt kommt die Welt hierher und bringt den Artikel und schaut mal, was da steht. In Island sind mehr als 90 Prozent der Erwachsenen geimpft. Das Land erklärte die Pandemie für beendet und hob alle Maßnahmen auf zu früh. Die Infektionszahlen stiegen so stark wie noch nie seit dem ersten Corona-Ausbruch. Experten sehen darin auch einen Hinweis für Deutschland. Die Isländer glaubten schon, das Coronavirus besiegt zu haben. Die Inzidenz lag über Wochen im einstelligen Bereich. Es gab keinen weiteren Todesfall zu beklagen. Also hob die Regierung in Reykjavik Ende Juni sämtliche Vorsichtsmaßnahmen auf. Keine Maskenpflicht mehr, keine Abstandsregeln, keine Reisbeschränkungen. Der kleine Inselstaat am Rand Europas im Nordatlantik feierte seinen Freedom Day noch Wochen vor den Engländern. Die rund 360.000 Isländer wenden sich in Sicherheit, waren zu diesem Zeitpunkt doch schon mehr als 90 Prozent der Erwachsenenbevölkerung geimpft. Doch diese Sicherheit war trügerisch. Da überlege ich, wie viel fordert die Frau Merkel? 80 Prozent? Oh je, ich kann euch eine sagen. Die hatten 90 und jetzt wisst ihr schon mal, was uns erwartet. Aber nur so viel von mir als Randnotiz. Und dann, Mensch, das nächste Drama. Israel impft schon die dritte Dosis. Die fangen jetzt schon an, über 60-Jährige doppelt, dreifach zu impfen. Und trotz hoher Impfquote, was wir aus Israel erfahren. Also Covid-19 trotz hoher Impfquote habe ich vergessen. In Israel steigen die Corona-Infektionen, damit die Zahl der schwer Erkrankten. Einige Ärzte gehen aber von milderen Verläufen aus. Ich lese euch das genau vor, weil warum komme ich am Ende dazu? Mit Blick auf die Corona-Impfung gilt Israel als Musterbeispiel. Doch trotz der hohen Impfquote steigt die Zahl der Infektionen wieder. Also ihr seht hier die Parallele zu Island natürlich. Hier auch wahnsinnig geimpft und die Zahlen steigen. England wahnsinnig geimpft. Zahlen steigen. Gut, die Engländer machen trotzdem auf. Die bleiben trotzdem dabei. Aber in Israel wird jetzt alles schon wieder zurückgefahren. Und Israel galt in der Corona-Pandemie lange als Impfweltmeister. Und auch Monate nach dem Start seiner rasanten Impfkampagne ist es noch eines der Länder mit den meisten vollständigen gegen Covid-19 immunisierten Menschen. Angesichts der Delta-Variante steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder deutlich. Aus diesem Grund sind wissenschaftliche Erkenntnisse zum Verlauf der Pandemie in dem Mittelmeerstaat besonders wertvoll. Sie zeigen, wie sich das Coronavirus angesichts einer hohen Impfquote verhält. Nun gibt es neue Stimmen zu den Hospitalisierungen und leichteren Verläufen. Da müssen wir unbedingt reinschauen. Ist wichtig. Die israelische Zeitung Aharetz berichtet, steigt die Zahl der ernsthaften Verläufe wieder an. Dennoch schilderten mehrere Ärztinnen und Ärzte den Eindruck, dass stationär aufgenommenen Covid-Patienten generell leichter krank sein als während der vergangenen Welle. Laut einem Bericht des israelischen Gesundheitsministeriums lagen am vergangenen Sonntag 191 Infizierte im Israel im Krankenhaus, darunter 113 Geimpfte. Nur so, damit man das mal so vergleichen kann. Und israelische Ärztinnen haben es mit einer anderen Krankheit zu tun. Das finde ich ein wichtiger Absatz in dem Artikel. Obwohl wir nicht viele Patienten haben, ist es für uns klar, dass sich diese Welle anders verhält, zitiert Aharetz. Die Ärztin Noah Elia Kim Rass, die Corona-Station in Weilinson Krankenhaus in Peter Tick war leitet. Wir glauben aus klinischer Sicht, dass die Eigenschaften anders sind und wir es mit einer anderen Krankheit zu tun haben, so die Ärztin. Sie sehen aktuell Covid-Patienten, die rein formell zwar die Kriterien einer ernsten Erkrankung erfüllen. Dazu zählten eine Sauerstoffsättigung mit Blut unter 93 Prozent und sichtbare Infektionen beim Röntgen des Brustkorbs. Dennoch seien die Patienten in besserer klinischer Verfassung als diejenigen mit den gleichen Symptomen in der vergangenen Welle. Und genesene Covid-19-Patienten schneller als früher, hat man hier gefragt. Der Zustand der Erkrankten verbesserte sich heute schneller. Dementsprechend könnten sie auch etwas früher entlassen werden. Bislang sei keine ihrer Patientinnen während der aktuellen Infektionswelle auf Intensivstationen gekommen, so Elia Kim Ras weiter. Das ist ein Hauptunterschied zu den vorherigen Wellen, wo Patienten täglich auf die Intensivstation geschickt oder von ihr zurückgebracht wurden. Ähnlich äußert sich gegenüber der Zeitung die Medizinerin Ketam Hussein, Leiterin der Abteilung für Infektionsschutz und Corona auf dem Rambam Healthcare Campus in Haifa. Mein Eindruck ist, dass die Patienten weniger ernsthaft krank sind als in der vorigen Welle. Die Symptome seien zwar die gleichen, würden aber weniger schwer erscheinen. So weit, so gut. Das ist der Originalbericht aus Israel. Weniger schwerkranke als vor der Impfkampagne, fragt mir hier noch der Leiter der Herzog-Reha-Klinik in Jerusalem. Was ist denn? Heutlos ist Freitag. Sieht hingegen keinen Unterschied bei der Art und Weise der Corona-Erkrankungen in der verschiedenen Wellen. Wie Haris weiterschreibt, auffällig sein und allerdings, dass wenige Patienten in der Reha-Klinik ankämen. Also der, wie das sieht, keinen Unterschied zu den vorherigen Erkrankungen. Und zu den Höhepunkten der vorigen Wellen kamen an drei oder vier Tagen 80 Patienten zu uns. So der Mediziner mittlerweile seien es nur noch zwei oder drei Personen pro Tag. Ich hoffe, das hat damit zu tun, dass die Impfung die Erkrankung abmildert. Und vor dem Start der Impfkampagne sind vier Prozent aller Covid-19-Infizierten schwer erkrankt, wie Haris unter Berufung des israelischen Gesundheitsministeriums erklärt. Mit dem Impfvorschritt heute seien es 1,5 Prozent der Infizierten. Eine der Studiengesundheitsministeriums zufolge seien sogar Geimpfte mit Vorerkrankungen besser geschützt als gleichaltrige Ungeimpfte ohne Vorerkrankungen. Und jetzt kommt der letzte Satz. Trotz der ermutigen Zahlen gibt es in der jüngsten Vergangenheit auch Fälle, die für Verunsicherung sorgten. So zeigten sich die israelischen Gesundheitsbehörden besorgt, nachdem ein geimpfter Schüler unwissentlich mehr als 80 Personen mit Corona Infizierte. Eine Analyse des Gesundheitsministeriums wies zudem darauf hin, dass die Wirksamkeit der Impfung bei der Verhinderung einer Infektion auf 64 Prozent gesunken ist. Impfkampagne vorantreiben und dann merkt man, Mensch, der hat wissentlich oder unwissentlich, Entschuldigung, 80 Personen infiziert, doppelt geimpft. Ja, und die Geimpften werden aber trotzdem nicht getestet, wenn sie aus dem Urlaub zurückkommen. Aber wie man sieht, wäre das ja hier eigentlich der richtige Weg. Und ihr seht, wir sind offen, wir sind neutral. Ich lese euch auch sowas und bringe auch solche Artikel, wenn sie veröffentlicht werden. Und noch ein kleiner Hinweis zu Israel. Wir stehen mit dem Krankenhaus jetzt in Kontakt und haben dort mal nachgefragt, wie sich jetzt momentan es dort verhält und wie die prozentuale Belegung von Geimpften Nicht-Geimpften ist. Also ich hoffe, sie antworten uns. Wir bleiben auf alle Fälle da dran. Und dann kommt heute der nächste Hammer. Bayern-Techno Moderna. EMA prüft mögliche Nebenwirkungen. Heute nochmal. Heute im Mainstream, auch in der NRZ. Die EMA prüft bestimmte Symptome nach mRNA-Impfungen. Könnte es sich um neue Nebenwirkungen handeln? Mehrere Aktien kurze stürzten ab. Warum nehme ich den Artikel mit rein? Weil es mir einfach wichtig ist, wenn Menschen jetzt geimpft sind, und sie haben Symptome, dann müssen die das wissen, dass es eventuell Nebenwirkungen sein könnte. Deswegen kommt auch das bei mir hier in der Sendung, weil ich weiß, dass uns auch Menschen, die schon eine Impfung bekommen haben und auch eine Zweitimpfung trotzdem zuschauen. Und wenn das jetzt erst kürzlich ist, dann finde ich das wichtig, dass man denen die Symptome auch erklärt, weil so im öffentlichen, im RTL-Mittagsmagazin habe ich es heute leider nicht gesehen. So, aufgrund von möglichen neuen Nebenwirkungen kündigt die Europäische Arzneimittelbehörde EMA eine Überprüfung von Biontech und Moderna an. Die Ankündigung hat einen Kursrutsch an den Börsen ausgelöst. Um was für Nebenwirkungen handelt es sich? Hier wird es nämlich nochmal ein bisschen detaillierter erklärt. Die Europäische Arzneimittel-Unterprüfberichte über mögliche weitere seltene Nebenwirkungen bei mRNA-Impfstoffen. Selten haben wir gestern schon gelernt, heißt hier in dem Fall gar nichts. Das hat die Behörde in ihrem jüngsten Routinebericht mitgeteilt. Sie gab an, die Symptome genauer zu untersuchen. Demnach wurden für die laufenden Bewertungen weitere Daten bei den Herstellern der beiden Corona-Impfstoffe Biontech, Pfizer und Moderna angefordert. Die Bekanntmachung sorgte an den Börsen zeitweise für einen Kursanbruch der Aktien der Impfstoffhersteller. Da stolpe ich so ein bisschen über den Satz, warum die jetzt überhaupt mehr Daten wollen, hatten sie die nicht, obwohl sie ja es zugelassen haben. Konkret geht es um eine allergische Hautreaktion namens Erythema. Multiforme, bei der sich die Haut, bei der sich auf Haut oder Schleimhaut rote entzündliche Flecken bilden und zwei Nieren leiden. Glomerulonephritis. Ach du lieber Gott, heute ist aber Zeit, dass Wochenende wird. Und das Nephrotische Syndrom. Wie viele Personen davon betroffen sind, ist, Achtung, bislang nicht bekannt. Dann reden die von selten, obwohl sie nicht mal wissen, wie viele Leute, also unglaublich wieder. Konkrete Zahlen nannten nämlich die EMA nicht. Dann schreibt nicht selten, wenn ihr überhaupt keine Zahlen wisst. Unglaublich. Im Bericht ist lediglich von wenigen Fällen die Rede. Zudem ist noch nicht geklärt, ob natürlich wirklich ein Zusammenhang mit der Impfung besteht und ob die Symptome überhaupt als Nebenwirkung eingestuft werden. Und Biontech und Moderna, um diese möglichen Nebenwirkungen handelt es sich. Das ist jetzt sehr wichtig. Wie erkennt man die? Also wer daran erkrankt, kann folgende Symptome spüren. Blutiger oder schaumiger Urin, Wasserablagerungen in den Beinen, Füßen oder Augenlidern. Und auch eine starke Müdigkeit könnte eine Folge dieser Erkrankungen sein. Schaut euch das nochmal an. Falls ihr jemanden kennt, der kurzfristig jetzt geimpft wurde und dem es nicht so gut wird, zeigt ihm vielleicht mal diesen Bericht. Denn man wiekelt hier schon wieder ab, nämlich ein Grund zur Beunrundung. Sei die Prüfung der EMA jedoch nicht betont. Der Professor der Karsten Watzel, der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Vielmehr zeige es, dass das Überwachungssystem funktioniere und mögliche Risikosignale frühzeitig nachgegangen werden. Obwohl, ich kann mich erinnern, da hat doch der eine Pathologe gesagt, wir gucken zu wenig drauf. Naja, nur noch so lässt sich feststellen, ob es sich tatsächlich um Nebenwirkungen der Impfung handelt und ob sich diese vielleicht auf bestimmte Personengruppen beschränkten, sagt der Watzel. Einen Zusammenhang hält er zumindest theoretisch für plausibel, da die genannten Symptome durch Immunreaktionen des Körpers ausgelöst werden könnten. Da geht es jetzt um BioNTech, im meisten Fall wahrscheinlich und Moderna. Jetzt bin ich mal gespannt. Und das ist nämlich genau BioNTech der Impfstoff, der für die Kinder jetzt ja kommen soll, als Empfehlung, was er noch nicht ist. Viele Ärzte verimpfen ihn schon ab 12 und jetzt kommt hier, taucht hier sowas auf. Es ist schon wahnsinnig. Denkbar ist aber auch, dass es sich natürlich um zeitliche, zufällige, nach der Impfung aufgetretene Reaktionen handelt. Was soll der Herr Watzel auch andere schreiben, damit der Impfstoff weiter und das Volk gebracht wird? Darauf weist auch Pfizer eine Stellungnahme hin. Schwerwiegend unerwünschte Ereignisse, die nicht mit dem Impfstoff im Zusammenhang stehen, treten leider mit einer ähnlichen Häufigkeit auf wie in der Allgemeinbevölkerung. Das bestätigt auch Watzel. Naja klar, ich meine, die werden uns da nichts anderes erzählen. Und die Unternehmen nehmen mögliche Nebenwirkungen sehr ernst. Jetzt, ja, könnt ihr euch nochmal durchlesen, weil jetzt kommt eigentlich so ein wichtiger Part. Also nochmal zu dem Artikel vorher mit den Nebenwirkungen. Verteilt es, wenn ihr jemanden wisst, der kurzfristig geimpftet und Nebenwirkungen hat. Vielleicht, wir hoffen es natürlich nicht, aber vielleicht ist es eines der Geschichten, die da genannt wird. Und heute ein Artikel 10.58, für mich sehr schockierend, vor allem dann nach den Nebenwirkungen Meldungen, weil die STIKO-Mitglied kündigt aktualisierte Kinderimpfempfehlung an. Eine aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission zu Kinderimpfungen gegen SARS-CoV-2 steht laut, Entschuldigung, einem Mitglied des Gremiums kurz vor dem Abschluss. Diese Aktualisierung der STIKO-Empfehlung ist gerade in der letzten Bearbeitung und es geht noch um Textschliff, sagte der Berliner Kinder- und Jugendarzt der Martin Derhardt in der Abendschau des Senders rbb. Und jetzt kommt eine krasse Aussage. Ende nächster Woche wäre das auf jeden Fall zu einer Veröffentlichung kommen. Vorher gäbe es noch, wie üblich, Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und den Ländern. Und Derhardt sagte auch, wir werden versuchen, der Politik ein bisschen entgegenzukommen. Ihr wisst, die haben die ganze Zeit Druck auf die STIKO gemacht. Und jetzt dieser Satz, da muss ich sagen, liebe STIKO, tut es nicht, sondern handelt so nach wissenschaftlichen Daten auf einer Basis. Denn es geht hier um Kinder, die in manchen Fällen nicht selber und freiwillig entscheiden, ob sie sich impfen lassen, sondern dass der Druck von außen ist oder von den Eltern, weil die sagen, du lässt dich jetzt impfen. Prüft das bitte, bitte, bitte richtig und bezieht auch diese Nebenwirkungen ein, die es jetzt gerade neu und aktuell gibt. Das unabhängige Expertengremium wird seit Woche von verschiedenen Politikern aufgefordert, die bisher vorsichtige Haltung zum Impfen von Kindern und Jugendlichen zwölf Jahren zu überdenken. Kann ich nicht viel dazu sagen und ja, über 40 Prozent der Eltern würden ihr Kind nach einer Empfehlung impfen lassen. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass bevor es überhaupt so eine Empfehlung kommt, da wirklich, naja, ihr wisst, was ich meine. Wir gucken weiter. STIKO aktualisiert Kinderimpfung nächste Woche. Das können wir alles überspringen, weil, das haben wir schon gelesen, aber die letzten zwei Abschnitte sind wichtig, nämlich die bisherige Zurückhaltung begründet STIKO-Chef der Thomas Mertens mit unzureichender Daten zur Sicherheit der Impfung bei Heranwachsenden. Im Fokus standen demnach zuletzt vor allem mögliche Folgen der Herzmuskelentzündung bei Geimpften. Mittlerweile könne man das Risiko etwas besser beurteilen, sagt er der TH im RBB. Das Risiko sei für Jungs etwas höher als für Mädchen und nach der zweiten Impfung etwas größer als nach der ersten. Das höchste Risiko, 1 zu 16.000, hätten Jungs nach der zweiten Impfung. Die meisten dieser Herzmuskelentzündungen verlaufen dem Mediziner zufolge mild. Es habe in der Altersgruppe auch keine Todesfälle dadurch gegeben. Und weiterhin schwer zu bewerten seien dagegen die Daten zum Risiko von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion Long Covid, sagte TH, denn auch bei Kindern ohne Corona-Infektionen zeigten sich vergleichbare Signale der Kinder- und Jugendarzt sprach von Long-Lockdown-Symptomen. Also überlegt euch, es wird momentan nur von Long Covid gesprochen, sind aber identische Symptome wie eben von Long Lockdown. Also es könnte auch sein, dass es gar nicht Long Covid ist, sondern dass es eventuell einfach auch was Psychisches zu tun hat. Nur so viel dazu, lest es euch selber nochmal durch, macht euch euer Bild, geht ein bisschen auf die Recherche, denn ich finde, das ist ein absolut wichtiges Thema. Da muss ich nichts dazu sagen. Ab drei Jahren. So, und dann kommt auch heute der Weltärztepräsident. Jede Impfung verhindert Mutationsrisiko. Bevor ich jetzt den Artikel weitermache, da fällt mir noch was ein. Da war doch was. Sekunde. Was, was ich noch sagen möchte, ist, natürlich wird es auch nach wie vor, gibt es ja auch unabhängig von der Sequenzierung, und das bitte ich Sie alle auch zu verstehen, es wird ja immer wieder dann Tests geben, PCR-Tests, mit denen man dann diese Mutationen gezielt suchen kann. Also die Vorstellung, dass wir diese Varianten nur finden, wenn wir alles sequenzieren, ist schlichtweg nicht korrekt, sondern es werden immer wieder Tests entwickelt von den Herstellern, dass man gezielt eine Variante sucht. Und damit kann man natürlich die Variantenvorkommen deutlich höher suchen, deutlich stärker finden. Was das Entscheidende ist bei den 5 Prozent, und wir haben uns gesagt, wenn es unter 70.000 sind pro Woche, dann kann sogar bis zu 10 Prozent sequenziert werden. Das Entscheidende ist, dass das eine gewisse Repräsentativität hat. Und etwas, worauf ich Sie auch hinweisen möchte, ist, es werden zukünftig mehr Varianten auftreten. Das ist biologisch sehr plausibel. Und je mehr wir impfen, desto mehr Varianten werden noch auftreten. Und der entscheidende Punkt ist dann der, mit diesen 5 oder, also wenn es nach mir geht, sind wir immer unter 70.000 pro Woche, weit unter 70.000. Dann haben wir 10 Prozent, wenn wir dann immer sehen, repräsentativ, welche Varianten überhaupt unterwegs sind. Und das ist ein sehr guter und wichtiger Weg. Repräsentativität ist deutlich wichtiger als Masse. Also, der Herr Wieler sagt, je mehr wir impfen, desto mehr Mutationen. Und der Herr Weltärztepräsident sagt, jede Impfung verhindert Mutationsrisiko. Ich weiß jetzt nicht, wen ich von den beiden glauben soll, ob man überhaupt jemanden glauben soll, ob die sich vorher schlecht abgestimmt haben. Ich weiß es nicht, aber der Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery fordert Privilegien nur für Geimpfte und Genesene, nicht aber für Getestete. Schließlich gehe es bei der Frage einer Impfung nicht nur um die Gesundheit des Einzelnen, sondern um die Verhinderung der Infektion insgesamt. Wir müssen das Stattfinden einer jeden Infektion verhindern, sagt Montgomery in Deutschlandfunk. Die Vertrauen ihrer Impfung wirklich enorm. Man merkt es. Denn in jeder Infektion kann eine neue Mutation entstehen. So hätten auch die USA jüngst erst von neuen Virusvarianten gewarnt. Man hätte ein Riesenproblem, sollte es eine Variante so ansteckend wie Delta und so tödlich wie das Ebola-Virus geben. Dass sich auch Geimpfte in einzelnen Fällen erneut infizieren, sei kein maßgeblicher Faktor. Unter 42 Millionen Geimpften hat es 7200 Impfdurchbrüche gegeben. Bald muss ich widersprechen. Wir sind schon bei fast 11.000. Ja, neue Statistik kommt hoffentlich nächste Woche. Also, der Herr Wieler so, er so, tja, und wir so. Und dann heute nochmal gefunden, Sondersteuer für Superreiche für weltweite Corona-Impfungen gefordert. Da war doch was mit dem Herrn Ugo Sahin. Ist doch in die Top-LED aufgestiegen. Er bedient ein Schweinegeld mit dem Impfstoff. Und jetzt wird aufgerufen, hey, ihr reichen könnt ja mal Geld für Impfstoff locker machen. Aber die Zahlen in dem Bericht, die fand ich echt Hammer. Oxfam und André Hilfsorgan, ich weiß nicht, was heute los ist. Leute, es tut mir echt leid. Ich, der Zunge hängt. Feierabendbier brauche ich jetzt dann. Fordern die Regierungen weltweit auf, Superreiche zur Bewältigung der Corona-Krise stärker zur Kasse zu bitten. Mit einer einmaligen Vermögensabgabe von 99% auf Gewinne, die Milliardärinnen und Milliardäre während der Pandemie gemacht haben, ließen sich Corona-Impfungen für alle Menschen finanzieren. Und überdies jedem Arbeitslosen weltweit ein Zuschuss von 20.000 US-Dollar. Rund 17.000 Euro gewähren, heißt es in einer Pressemitteilung. Die einmalige Steuer würde 5,4 Billionen US-Dollar in die öffentlichen Kassen spülen, haben eine Analyse ergeben. Und die derzeit 2.690 Milliardärinnen und Milliardäre wären zusammen dann immer noch 55 Milliarden US-Dollar reicher als vor dem Virusausbruch. Sie verfügten demnach Ende Juli zusammen über ein Nettovermögen von 13,5 Billionen US-Dollar. 8 Billionen mehr als vor Beginn der Pandemie, als zu Beginn der Pandemie. Folge dem Geld. Es bringt immer irgendjemanden etwas. Ja, das war es jetzt mit den ernsten Themen. Wobei, ich glaube, das nächste Thema, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, die Welt hat echt größere Probleme als Corona. Denn es ist kein Scherz, es sind keine Fake News, die meinen das wirklich ernst. Paare sollen sich beim Sex nicht anschauen, das hat es mit dem Corona-Sutra auf sich. hat thailändische Regierung veröffentlicht. Thailands Regierung will mit Tipps für safer Sex in Pandemiezeiten zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. Das Gesundheitsministerium hat neun Empfehlungen herausgebracht, die Paare, frisch Verliebten und Zufallsbekanntschaften als Leitlinien beim Geschäftsverkehr dienen sollen. Ihr müsst da durch, ich lese es euch jetzt alles vor, völlig wurscht. Küsse sowie Oral- und Analsex sollen demnach gänzlich vermieden werden. Auch Gruppensex ist tabu. Die Paare werden zudem aufgefordert, Stellungen zu wählen, bei denen sie sich nicht ins Gesicht blicken. Und ganz wichtig, der Körperkontakt sollte nur so lange wie eben nötig dauern. Also beim einen halt länger, beim anderen kürzer. Als Schutz sollten Liebende nicht nur, Achtung, Masken, Kondome und Einmalhandschuhe benutzen, sondern auch Dentaldämms aus Latex, falls es doch zum Oralverkehr kommt. Das Ministerium rät auch zur gründlichen Reinigung durch Händewaschen und Duschen vor und nach dem Sex sowie zur Desinfektion der benutzten Oberflächen. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Und dann habe ich diesen Artikel auf Fokus runtergenommen oder ich wollte ihn runternehmen. Und genau in diesem Artikel erscheint diese Werbung, Bundestagswahl 2021, Fokus Online beantwortet ihre Fragen. Das fand ich noch der Hammer. Ich komme da nicht drüber weg, weil es ist wirklich anschließend sollten Kondome, Masken und Co. in geschlossenen Mülltonnen entsorgt werden. Ihr wisst, also so die Masken, die kann man so überall reinschmeißen, aber nach dem Sex geschlossenen Mülltonnen ist ganz, ganz wichtig. Es wird aber noch besser, bevor man sich entscheidet, Sex zu haben, sollte man die Sicherheit und die Auswirkungen, die dies auf einen selbst und auf andere in der Gesellschaft haben kann, als Priorität betrachten, sagt der Ansprecher der Behörde. Und die Nachrichtenseite der Taiga veröffentlichte prompt ein Corona-Sutra und präsentierte in einer Grafik alle Stellungen, die in Corona-Zeiten laut Ministerium erlaubt sein müssten. Dazu hieß es, diese Infografik stammt nicht vom Thailischen Gesundheitsamt, aber die Positionen entsprechen diesen Richtlinien. Leute, das war's für heute. Das war's, das war's. Und dann gleich der falsche Knopf wieder. Ja, muss heute nochmal alles raus, sorry. Aber ich glaube, die Welt hat echt größere Probleme, wenn man sich das alles so anschaut, dass es ein Ist in die Woche war in Inseln. Ich muss euch ganz ehrlich, ich bin echt durch diese Woche. Also ich habe ja noch gestern so gesagt, hey, wenn ihr Informationen für mich habt, schickt die mir. Herzlichen Dank dafür, für eure Informationen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, da ist ein Hämmer dabei, da muss ich erstmal echt schlucken, da muss ich erstmal gucken, was ich damit anfange. Das geht nicht einfach so mal überfliegen. Und ja, da sind echt Sachen dabei, da denkst du dir, das kann nicht sein. Aber es sind halt Menschen, die das aus allererster Linie wissen, erzählen, belegbar erzählen. Und da, ja, ist schlimm. Jetzt sagen natürlich wieder, ja, aus, raus, was ist denn das alles? Das Problem ist folgendes. Wir haben zum Beispiel auch Meldungen von Personen mit echten Nebenwirkungen, unmittelbar, mittelbar in Bezug mit der Impfung. Die Menschen möchten es aber nicht öffentlich machen, weil sie sich schämen, warum auch immer. Sie wollen das zwar erzählen, aber bitte nicht veröffentlichen. Dann haben wir natürlich auch Informationen aus einer anderen europäischen Metropole. Da sind Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen, Pfleger und so weiter angewiesen worden. Sollte es Corona-Fälle auf Stationen geben, die doppelt geimpft sind, darf es nicht nach draußen. Ich denke mir, dass es solche Fälle auch in Deutschland gibt. Es ist da echt viel. Und deswegen bin ich durch und ich bin froh, dass heute Freitag ist. Denn ich brauche jetzt echt mal zwei Tage, um wieder so ein bisschen zu sortieren. Das geht nicht spurlos an einem vorbei. Also seht es mir nach, wenn es heute ein bisschen holpriger war als sonst. Aber jetzt gehen wir einfach mal ab ins Wochenende. Und damit es natürlich auch funktioniert, tut das Gleiche. Kommt runter, versucht ein bisschen das Ganze auszublenden. Ich weiß, ist manchmal nicht so einfach. Aber wir müssen es, denn es wird noch ein heißer Herbst. Ich bin mir da ganz sicher. Und wir brauchen jeden Tag der Entspannung, um überhaupt es durchzustehen. Aber natürlich stehen wir es durch. Zusammen ist ja auch ganz klar. Da zweifelt ja keiner dran. Und für alle Hater, die in meinen Kommentaren immer schreiben, spart euch die Energie. Es interessiert mich nicht. Soviel dazu. Ich wende auch gar keine Energie mehr auf, auf euch einzugehen. Da habe ich echt Wichtigeres zu tun. Denn wenn ihr mal jemanden persönlich kennt, der hier durch eine Impfung betroffen ist, dann werdet ihr eure Worte auch anders wählen. Und solange ihr keinen persönlich kennt, erspart mir eure Schreiberei. Ich habe keinen Nerv und keine Zeit dazu. Denn es gibt Schicksale in der Corona-Geschichte. Egal. Aber trotzdem, Hater, spart es mir einfach. Scrollt weiter, schaut den Kanal an, schaut den Film nicht an. Ich lösche es einfach. Ab sofort wird es einfach gelöscht. Nicht, weil wir keine Kritik vertragen, sondern wenn jemand schreibt, lasst euch impfen, dann fliegt er sofort raus, ohne VS, raus aus meinem Kanal, raus aus meinen Telegram-Gruppen. Ich brauche sowas nicht. Ich will, dass jeder Mensch die freie Entscheidung hat, zu tun, was er für sich für richtig hält und nicht, was andere meinen für ihn richtig wäre. So, so rum wollte ich sagen. Das zählt bei mir nicht. Jeder Mensch hat einen freien Willen, freie Entscheidung, da hat sich keiner reinzumischen. Aber gar niemand. Denn Leben tut man nur einmal und wenn ihr Impf, ja, ihr Impf, wie soll ich euch nennen, ihr Impfgurus alle so toll das mit der Impfung findet, macht es. Aber erklärt mal jemand, wie toll die Impfung ist, der jetzt mit irgendeinem Schaden im Krankenhaus liegt. Geht mal zu dem hin und sagt ihm das. Hey, lass dich impfen. Oh, das kam nicht durch Corona, sondern durch die Impfung. Dann möchte ich euch mal sehen. Also lasst es. Einfach lasst die Leute frei entscheiden. Und den Druck, das ist das Letzte, was es im Moment gibt. Und vor allem der Druck auf die Kinder, der Druck auf die Wissenschaftler, die das Ganze empfehlen sollen, die jetzt der Regierung ein bisschen entgegenkommen wollen. Das ist kein Weg. Da gibt es nichts, was Politik sich einzumischen hat. Wenn ich hier den Holitschek sehe, wie er sagt, Impfen ist der einzige Weg. Hat noch nie einen Arztkittel angehabt. Das Gesundheitsminister hat von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung. Ernst Söder hat keine Ahnung von seinen Empfehlungen. Die labern einfach irgendwas daher, weil sie können es auch. Und wisst ihr warum? Weil sie keine Konsequenzen tragen, wenn es in die Hose geht. Und das ist das Schlimme. Sie können es tun. Und wenn es keine Konsequenzen gibt, ja, dann kann ich auch so groß daher reden. Würden die alle mit ihrem privaten Geld und Vermögen haften, würden die sich vielleicht besser informieren, mit mehr Experten zusammensetzen und vor allem länger warten, bevor sie solche Phrasen raushauen und dreschen, wie sie es im Moment machen. Kommt euer 2G. Es interessiert mich nicht. Ich bleibe draußen, denn ich habe nur ein G und es nennt sich gesund. Und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Wochenende. An dieser Stelle natürlich immer Dankeschön an alle, die mich unterstützen. Wir brauchen es. Und teilt, kommentiert, liked, verbreitet, wie auch immer, aber immer alles versachlich und konstruktiv. Wenn ihr immer noch Informationen für uns habt, schickt sie mir bitte trotzdem weiter. Es ist ganz, ganz wichtig, denn dann können wir recherchieren. Feedtofmedic.gmx.de wäre die Adresse da dazu. Und jetzt atmen wir durch. Ab ins Wochenende Radio, Fernseher, Austrefft euch mit Menschen, die euch gut tun. Meidet Menschen, die euch nicht gut tun. Versucht, den anderen von der Impfung abzuhalten, sondern guckt einfach auf euch, dass es euch gut geht, dass wir gemeinsam durch die Situation kommen. Und in diesem Sinne sehen wir uns am Montag wieder. Danke fürs Zuschauen. Gute Zeit. Bis dahin. Euer Dirk. 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 Vielen Dank.